ja leute hier beginnt die reise das ist jetzt mal ein schöner neuer kellerraum den ich gekauft habe so sieht es hier aktuell aus es ist aktuell noch die sauna drin und hier wartet eine ganze menge arbeit auf mich hier haben wir noch eine dusche da kommt wenn alles klar geht eine toilette rein und die couch kommt raus das kommt raus alles kommt raus hier wird gestrichen die decke wird abmontiert sieht zwar nett aus aber ist akustisch doch nicht gut weil darüber ist ein hohlraum das heißt wir haben ja ganz schlechtes akustisches setup hier zu den maßen der raum ist etwa fünf meter lang also in diese richtung und 3 meter 80 breit für die akustik ist das alles voll in ordnung wir haben eine raumhöhe von ich vermute mal wenn wir mal hier reinschauen also 2 meter 20 sehr sehr große Barfootballer kann ich hier nicht beherbergen 2 1 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017